Neue Woche, neue Spoiler. Die Spoiler zum One Piece Kapitel 1055 sind draußen und Oda gönnt uns wieder ein absolut geniales Chapter. Shanks ist in dem Chapter und setzt Königshaki ein, welches so krass ist, dass es Green Bull in die Flucht schlägt, Leute. Wir reden gleich über alles. Es ist wieder ein maximales Hype-Chapter. Was noch alles passiert? Thema Road-Pornoglief und alles, was auch thematisiert wird hier in diesem Chapter. Werde ich euch gleich erzählen nach dem Intro. Bewertet das Video mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt rund um One Piece. Und ich würde sagen, es geht los. Schnellt euch an. Viel Spaß und ab dafür. One Piece Theoretiker. One Piece Theorien und mehr. Die Lage sieht wie folgt aus, liebe Leute. Wir haben die Spoiler. Nicht viele, aber wir haben ein paar. Wir haben ein paar Aussagen von den Leakern, aber es ist wie immer die frühen Spoiler, noch nicht die krass detaillierten. Und deswegen könnte es wieder sein, wenn jetzt die detaillierten Spoiler rauskommen, die krasse Infos beinhalten, dass ich nochmal ein Video dazu mache. Denn von letzter Woche in dem ersten Spoiler-Video war die Info mit Shanks noch nicht mal drin. Und dann die Info auf einmal, Shanks ist da. Leute, da lohnt es sich noch ein zweites zu machen. Deswegen erstmal vorweg die groben Spoiler. Wir wollen drüber reden. Also das Chapter 1055 trägt den Titel New Era. Neue Ära. Wofür Shanks ja auch sein Arm geopfert hat. Das hat er gesagt. Er hat gewettet auf Ruffy. Er hat ihn geopfert für die neue Ära. Und jetzt heißt das Chapter Neue Ära, Leute. Und es soll laut den Leakern ein Chapter sein, welches Admiral-Fans nicht gut aussehen lassen soll. Und wir kriegen in dem Chapter wohl erstmal Suki Yaki, sprich der Vater von Oden, der ja dort noch lebt, der nimmt Robin und Law mit in die Tiefen runter. Wahrscheinlich in seiner komischen Schatzkammer da war ja so ein Spiral-Ding, so eine Säule, so eine Spiralsäule, die ja wahrscheinlich nach unten fährt und dann wie so ein Fahrstuhl nach unten geht. Und dort ist das alte Wano Kuni dort, wo sie höchstwahrscheinlich auch die Pornoglyphen damals geschmiedet, gemeißelt haben. Und er erklärt dort auch, wie das neue Wano Kuni gebaut wurde und so. Und wahrscheinlich erfahren wir da alles, auch über Pluton und so jetzt demnächst. Also das ist echt krass interessant, heftig, dass wir das jetzt erst erfahren, nachdem wir schon drei, vier Jahre jetzt auf Wano Kuni sind. Dort ist auf jeden Fall das Road-Pornoglyph, das Wano Kuni Road-Pornoglyph. Nicht das Verschollene, höchstwahrscheinlich, sondern das, was Kaido gehörte, was auf Wano war. Das dritte sozusagen für Ruffy und seine Crew. Und das vierte steht ja mehr oder weniger auch schon vor der Küste, denn höchstwahrscheinlich, ist ja nicht bestätigt, aber höchstwahrscheinlich weiß Shanks, wo das letzte Road-Pornoglyph ist. Und dann ist die Location von Laugh Tale eigentlich, die Ströten schon fast bald bekannt. So, jetzt aber erstmal zum Geschehen von Green Bull. Wie geht das Ganze da weiter? Ich hab gedacht, Mumu macht jetzt hier den taktischen und versucht mit Wörtern irgendwie politisch irgendwas zu klären, mit Green Bull, aber Mumu kriegt es wohl irgendwie hin, einfach Borobreath einzusetzen. Er kriegt es wirklich hin, das allererste Mal, einen wirklich echten Borobreath, wie Kaido ihn auch gemacht hat, rauszuschießen aus seinem Mund als Drache. Was ja schon wirklich krass ist, weil der Borobreath ist halt immer noch der Borobreath. Der ist halt wie so ein Laserstrahl, der alles pulverisiert. Und ich glaube auch bei Mumu, egal ob er jetzt Kaido ist oder Mumu, und wie krass eigentlich dann doch diese Teufelsfrucht ist, die künstlich von Vegapunk hergestellt wurde, die eigentlich nur ein Duplikat ist von der von Kaido, dass trotzdem Mumu alles einsetzen kann, wie Kaido, ist einfach nur geisteskrank und spricht einfach für die Genialität von Vegapunk, dass er es geschafft hat, wirklich diese krasse, mystische Soanfrucht zu duplizieren. Sie wurde zwar als Fehlschlag abgetan, aber irgendwie ja nicht, weil Mumu muss sie ja nur beherrschen und kriegt jetzt alles irgendwie hin. Da muss ja irgendwie vielleicht noch ein Haken sein. Wenn Vegapunk auftaucht, wird er vielleicht irgendwas dazu sagen. Aber Mumu kriegt es erstmal in Borobreath einzusetzen. Und es soll wohl auch krass sein. Es soll wohl auch krass sein für ihn. Es soll ihn wohl an Kaido erinnern oder so, hat schon ein Leaker geschrieben. Aber das ist nicht bestätigt. Was aber bestätigt ist, ist, dass Green Bull extrem massiven Damage abbekommen hat von dem Borobreath. Also es soll wohl wirklich krasser Schaden sein, den Green Bull kriegt. Und das ist nämlich auch der Punkt. Die ganzen Leaker meinten, dass dieses Chapter für Admiral-Fans halt wirklich nicht krass sein soll. Also die Admirele sind nach dem Chapter nicht mehr so stark, wie wir sie vorher gesehen haben. Ein Grund natürlich, dass Mumu hier Borobreath einsetzt, der kleine Mumu immer noch, und dass ihm Schaden zufügt. Also einem Admiral, ne? Also das ist auch schon ziemlich, ziemlich krass. Weil Mumu hat jetzt echt keine Kampferfahrung oder so. Und Green Bull sollte eigentlich einer der stärksten Charaktere überhaupt sein. Dass der Schaden von Mumu kriegt, ist schon heftig. So, jetzt kommt's aber. Der Satz, der mich wirklich zum Eskalieren bringt. Green Bull gibt auf, nachdem er das Königshaki von Shanks wahrnimmt. Nachdem er realisiert, die Rothaarpiraten sind auch hier. Nachdem er das gecheckt hat, zieht er sofort durch. Was natürlich wieder dafür spricht, okay, Admirele sind auf dem Scheiße gegen jetzt einen echten Kaiser. Oder einen alteingesessenen. Oder Shanks zumindest. Das ist auf jeden Fall geisteskrank, dass Green Bull sofort einen Rückzieher macht, sobald er Shanks nur spürt. Und es sollen wohl auch Leute auf Wano, wie Ruffy, Kit und Law, die Anwesenheit von Shanks spüren, Leute. Die spüren diesen fucking Königshaki-Auftritt von Shanks. Also Shanks kommt wirklich an, wie bei Whitebeard damals. Und rasselt mit den Ketten. Genauso wie es gesagt wurde. Er macht es wieder. Er kommt an, haut einmal einen Königshaki, stoßt raus in die Welt. Und alle wissen sofort, okay, er ist da. Zieht durch. Genauso wie auch in FilmRed. Dort war ja auch der Fall, dass er es auch eingesetzt hat, dass Königshaki und Kisaru und Fujitora durchgezogen sind. Und das genau hat Oda jetzt hier in diesem Chapter jetzt auch nochmal demonstriert. Sodass die FilmRed-Zuschauer nicht irgendwie einen krasseren Kontext haben. Es gibt aber eine Info aus FilmRed, die ich gestern bekommen habe. Und zwar, will ich jetzt nicht zu viel spoilern, aber Shanks wurde als Baby von der Gold Roger Piratenbande gefunden. Was eine krasse Information ist. Denn das stützt wieder mal die Sebek-ist-Shanks-Vater-Theorie. Dass beim God Valley-Vorfall Shanks als Baby gefunden wurde, der Sohn von Sebek. Und Garb sozusagen Roger gefragt hat, kannst du das Baby aufnehmen? Was ja später denn auch Roger zu Garb getan hat mit Ace. Also das wäre dann auch wieder so, dass der Kreis sich schließt. Weil das Kind von Sebek, wenn es jetzt Shanks gewesen wäre, würde von der Weltregung umgebracht werden. Als Sprössling sozusagen. Also die Theorie, dass Shanks jetzt wirklich Sebeks Sohn ist, ist jetzt heißer denn je. Aber dass Shanks jetzt da ist, auf Wano Kuni, Leute. Er ist jetzt wirklich da. Obwohl er gesagt hat, er will Ruffy gar nicht treffen und so. Viele haben gesagt, okay, Ace geht jetzt weg und wir sehen ihn erst wieder in Monaten, wenn nicht sogar Jahren. Nein. Er ist natürlich da um und bei Wano Kuni gewesen. Und er wird jetzt auch auf Wano Kuni anlegen. Beziehungsweise hat das jetzt schon. Denn, wie gesagt, die sind bei der Blumenhauptstadt und spüren seinen Königshaki. Also es würde mich wundern, wenn er immer noch da auf der See ist und da einfach einen Königshaki-Stoß raushaut. Die Frage ist überhaupt, warum setzt er das ein? Wirklich nur so, um die Leute vorzuwarnen, wie Green Bull oder andere jetzt so, dass er da ist, dass sie spüren, er kommt. Oder hat er da gerade vielleicht noch eine Auseinandersetzung mit jemandem an der Küste von Wano? Denn ich glaube, das Schiff hat schon angelegt. Die sind jetzt schon da am Land und er ist genau dort am Strand in Kuri oder so und hat das dort rausgedonnert. Vielleicht, weil er das spürt. Oder weil vielleicht das Weltregierungsschiff, was ja auch Green Bull geordert hat, er hat ja ein Kriegsschiff, ein großes Weltregierungskriegsschiff geordert, dorthin. Vielleicht hat er das beseitigt oder das besucht und vorgewarnt. Aber Leute, Shanks ist jetzt wirklich auf Wano Kuni WTF und die ganze Thematik, ich glaube auch mit Pluton wird jetzt demnächst aufgezwirbelt von Oda. Denn die sind dort schon im alten Wano Kuni, haben dort schon das Road Pornoglyph und ich glaube dort im alten Wano Kuni unterhalb der Erde muss ja dann irgendwo auch das große Kriegsschiff Pluton sein. Oder was überhaupt damit gemeint ist mit dem Kriegsschiff. Aber dass Ruffy und Kit in diesem Chapter schon Shanks spüren, weil sie ja auch langsam schon krasser sind und sowas wahrnehmen, finde ich einfach heftig, Leute. Ruffy spürt das Haki von Shanks jetzt gerade. Was denkt der? Der ist ja gerade noch beim Feiern. Der kriegt ja gar nichts von Green Bull und so mit. Deswegen frage ich mich, wie die jetzt reagieren. Die werden natürlich jetzt nicht da weiterfeiern, sondern wenn jemand mit so einem Kaliber dort mit den Ketten rasselt, werden die sich da, denke ich mal, aufmachen und jetzt gucken. Das bedeutet halt wirklich, wir könnten im nächsten Kapitel oder so das Aufeinandertreffen von Shanks und Ruffy haben. Und theoretisch, es könnte sein, Shanks ist da, Green Bull ist jetzt durchgezogen, also die Gefahr. Leute, und wie krass ist das eigentlich? Wir haben es ja schon angenommen, wir haben es ja schon in Videos und in Streams immer besprochen. Es könnte sein, wie krass wäre das, wenn Shanks auftaucht und Green Bull jetzt vertreibt. Und Leute, genau das ist einfach passiert. Ich kann es immer noch nicht glauben, es ist sowas von geisteskrank. Wir haben Shanks seit 25 Jahren nicht im Geschehen gehabt und jetzt kommt er an. Es ist sowas von geil, Leute, ich bin so hype und bin echt gespannt, was in dem Kapitel noch passiert. Weil die Spoiler, die jetzt hier vorliegen, sind halt nur Momo benutzt Borobreath. Suki Yaki bringt Law und Robin darunter zu dem Road-Pornoglyph. Und Green Bull spürt das Königshaki von Shanks. Aber es muss ja viel mehr Kontext kommen. Und ich bin gespannt, ob wir Shanks halt irgendwie auch sehen. Oder nur die Reaktion von Green Bull. Das wäre halt krass, wenn wir nur die Reaktion von Green Bull sehen auf das Haki. Und von Ruffy und so die Reaktion auf das Haki. Aber gar nicht irgendwie Shanks oder so. Ich erwarte halt noch, dass wir irgendwie so vielleicht Tiere sehen, die abhauen. Oder Vögel oder sowas, die auf einmal wegfliegen halt. Weil das so eine krasse Erschütterung ist mit dem Haki. Das erwarte ich noch so. Und eigentlich erwarte ich auch einen Clash. Eigentlich erwarte ich einen Clash zwischen Shanks und jemandem krassem. Ob es jetzt Ruffy ist, nur so. Auf Respekt, Rivalitätsmäßig. Er respektiert ja Shanks ohne Ende. Aber ich will einfach sehen, dass zwischen Shanks und Ruffy sich der Himmel spaltet, Leute. Genau wie bei Shanks und Whitebeard damals. Das will ich einfach. Ich weiß nicht, ob wir das kriegen. Aber so ein Haki-Clash zwischen den beiden, nur so um sich zu messen, wäre einfach absolut geil. Ich würde das absolut feiern. Aber erstmal abwarten, Leute. Erstmal abwarten. Es ist ein maximales Hype-Chapter. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, es kann sein, dass ein krassere, detailliertere Spoiler rauskommt, die jetzt über Infos beinhalten. Dass ich nochmal ein zweites Spoiler-Video mache. Ansonsten hören wir uns Freitag bei der Review. Höchstwahrscheinlich Freitag. Es sollen jetzt die Chapter immer später übersetzt werden. Angeblich. Da heißt es auch noch abwarten, wie die Situation jetzt wird. Aber das sind auf jeden Fall krasse Spoiler. Ich habe sie verlinkt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo. Ich bin erstmal raus.